hallo meine lieben freunde meines kanal es gibt eine sonnensturm warnung für den 25 und 26 märz 2024 schuld daran ist ein simultaner ausbruch auf der sonne zwei sonnenflecken gebiete haben gleichzeitig eine eruption ausgelöst und diese eruption hat jetzt laut neuster erkenntnis tatsächlich extrem viel plasma ausgestoßen obwohl man das in den ersten aufnahmen gar nicht so richtig sehen konnte es war ein radialer ausbruch das heißt also gucken wir uns gleich an das material ist in alle richtungen abgefeuert worden und ja es schaut so aus als wäre ein größerer brocken richtung erde unterwegs der uns dann zwischen 25 und 26 treffen wird momentan ist die prognose für diesen sturm g2 das heißt das ist wohl das minimum was man erwarten kann es kann aber durchaus noch heftiger werden und da gibt es verschiedene gründe warum das so sein könnte zum einen haben wir ja die plasma front die jetzt erzeugt wurde das heißt also durch diese ausbrüche zum anderen haben wir eben zwei ausbrüche die sich in diesem plasma auswurf überlagern und dann haben wir noch eine andere thematik nämlich die momentane aktivität eines dieser gebiete das ist das untere was ihr jetzt hier seht was hier eingekreist ist denn dieser dieses sonnenflecken gebiet läuft komplett aus dem ruder das heißt also was da passiert ist wirklich erstaunlich und das ist ein extrem gefährliches sonnenfleckengebiet das kann gigantische ausbrüche auslösen mal gucken also man muss die nächsten tage mal abwarten aber so wie sie es momentan entwickelt gucken wir uns übrigens auch an in dem video schaut schon ziemlich wüst aus was da passiert aber gut muss nicht immer sein dass es dann richtig rumst also dass man dann in x10 reinrutschen oder irgendwie sowas aber durchaus potenzial ist da für einen richtigen rums was wir uns jetzt anschauen das ist dieses plasma feld was hier ausgestoßen wurde also dieser radiale ausbruch das kann man mit einem speziellen satelliten auch sich angucken das heißt also hier diese gewaltige eruption wo dieses plasma dann weggeschleudert wird und was man hier sehr deutlich sieht ist es geht halt in alle richtungen das heißt also unten oben links und rechts neben der sonne ja überall plasma und ja die erde ist im weg jetzt ist natürlich die frage die sich da ergibt wie hoch ist die plasmadichte wenn es richtung erde geht da na seht ihr wir haben ja hier in dieser struktur also in dieser explosionswolke sozusagen verschiedene dichte stufen genau das ist das thema wie viel wird dann auch die erde treffen aber momentan ist eine warnung draußen und ja in verbindung jetzt mit zusätzlichen ausbrüchen von diesem bereits genannten gebiet kann es durchaus interessant werden im negativen sinne was wir jetzt sehen so bunt war die karte schon lange nicht mehr also die prognose karte und auch die momentane analyse dessen was da passiert das heißt dass wir haben r3 das ist das was an röntgenstrahlung freigesetzt wird und was auch einen radio impuls erzeugt innerhalb der atmosphäre nun heißt r3 also radio 3 das verursacht eben störungen in der funk verbindung zwischen verschiedenen funksystemen dann haben wir ein s2 das ist ein protonenschauer das heißt also da werden protonen durch solche großen flares ausgelöst oder zur erde gesendet die kommen relativ schnell an die sind extrem schnell unterwegs dauert nur ein paar stunden bis die hier eintreffen und dann g1 kleinen sturm den wir heute hatten allerdings war das ein filament welches sich schon vor tagen abgelöst hat auf der sonne das heißt also nicht in verbindung mit dem momentanen ausbrüchen dass wir jetzt hier sehen das ist die vorhersage für den 25.3 das heißt also ein g2 sturm und wir haben aber für die nächsten tage auch eine prognose bezüglich der radio thematik also ex flares da haben wir nämlich r3 bis r5 30 prozent das heißt dass wir haben eine sehr hohe wahrscheinlichkeit dass es zu weiteren größen größeren ausbrüchen kommen könnte 30 prozent hört sich jetzt nicht so viel an ist aber durchaus hoch für die prognose eines sonnenflecken gebietes ja es könnte durchaus sein dass dieser war dass dieses eine gebiet durchaus noch etwas größeres verursachen könnte also uns jetzt noch angucken dann auch im weiteren dieses sonnenflecken gebiet das ist die vorhersage für die plasmafelddichte die jetzt hier auf dem weg richtung erde ist das ist relativ aktuell da habe ich jetzt auch darauf gewartet dass das dann auch veröffentlicht wird und hier sehen wir jetzt eben diese ausbrüche heute am 23 und dann die prognose des plasmafeldes also so wie es momentan aussieht sind wir genau in der schusslinie das kann natürlich jetzt variieren logischerweise denn wir haben hier keine zwei mehr mal kein 2d sonnensystem sondern dieses plasma kann auch unterhalb oder überhalb der erde oder oberhalb der erde dann vorbeiziehen aber es gibt auch eine prognose innerhalb der dritten dimension und die zeigt uns dass wir wahrscheinlich auch in x y und z getroffen werden das heißt es schaut so aus als wären wir hier in der schusslinie dieses plasmafeldes und das kann dann ja zu einem g2 sturm führen es kann aber auch drüber rutschen je nachdem wie gesagt wie das plasmafeld konfiguriert ist das kann man nämlich momentan eben noch nicht sagen also das ist jetzt die eine erste prognose die in den nächsten stunden und auch tagen bis zum 25 dann angepasst wird je mehr daten man hat desto mehr wird sich das auch wieder verändern was man hier sehen aber das ist jetzt mal die erste prognose die man sich angucken kann und somit kann man wenn man jetzt zum beispiel sagt okay fotos von polarlichtern sollte man sich mal den 25 und den 26 freihalten also wir hatten ja letztens schon so ein thema wo wir dann eben nichts gesehen haben weil dann einfach gar nichts bei uns passiert ist beim letzten größeren ausbruch aber gut okay es muss diesmal tatsächlich nicht so sein denn man darf es immer nicht unterschätzen was da passieren kann was wir jetzt sehen das ist dieses sonnfleckengebiet mal reingezoomt das ist das über das momentan geredet wird wir haben hier sehr sehr viele einzelne kerne in dieser auflösung sieht man das leider nicht so gut aber wir haben über 40 verschiedene kerngebiete innerhalb dieses sonnfleckengebietes und es kristallisieren sich jetzt drei zentren heraus die etwas größer sind und es ist eine unglaubliche energie in diesem system das heißt aufgrund eben der unterschiedlichen polung der einzelnen gebiete die ihr seht kann es immer wieder zu großen ausbrüchen kommen und anscheinend gibt es auch eine verbindung zwischen insgesamt drei gebieten auf der sonne die die simultan anscheinend betroffen sind momentan wenn es zu veränderungen innerhalb der magnetfelder kommt das heißt also es könnte sein dass es wieder zu kombinierten ausbrüchen kommt und dass diese kombinierten ausbrüche dann eben ja ziemlich gefährlich werden könnten mal gucken wie sich das entwickelt was er hier jetzt noch seht das ist dieses flackern das wollte ich euch unbedingt noch zeigen also bei 193 angström da wird der sensor quasi überlastet aber dieses flackern was ihr hier seht das ist köcheln sozusagen hier haben wir ständig c und m ausbrüche unterhalb der x klasse aber das ist ständig ja das heißt also diese kerzen die ihr hier seht das ist durch die sensorüberlastung weil da einfach zu viel energie auf dem sensor auftrifft und das hier ist ein zeichen was da los ist also das sonnenfleckengebiet dieses dieser bereich hier er hat so viel energie dass er das ständig abgibt ja und natürlich kann jetzt durch eine umkonfiguration also eine andere konfiguration jetzt bringe ich fast nicht mehr raus dann auch plötzlich sehr viel energie frei werden das heißt also kein flackern mehr sondern ein richtiger rums also x10 traue ich dem zu diesem sonnenfleckengebiet müssen wir mal gucken was er was er noch so zustande bringt zusammen leben und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne zeit für alle gucker am 25 26 würde ich tatsächlich mal ein bisschen aufpassen könnt sogar für polarlichter reichen die man von deutschland aussieht bis zum nächsten mal ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020